Etra-Chan hat's gesehen. Mein doofer Vater prallt immer damit, der Vorstand der Firma zu sein. Die Angestellten seiner beschissenen Firma sind hauptsächlich Familienmitglieder und alte Leute. Ich hab die Nachkriegszeit überlebt und bin Vorstand geworden. Ich bin genial! sagte häufig. Er schien sich wirklich selbst zu lieben. Aber er war Familienmitgliedern gegenüber oft gewalttätig. Du Idiot! Ich habe dir gesagt, das bis zum Nachmittag fertig zu machen! Wann immer etwas schief ging, schrie er herum und ließ seine Wut an der Familie und seiner Umgebung aus. Ah, scheiße! Das ist scheiße! Er war ein kleiner Mann. Im Gegensatz dazu wurde mein älterer Bruder Katsura von jedem gemocht, so auch von Kindern, Hunden und Katzen der Nachbarschaft. Er war nett genug, sich um seine Familie und seinen nutzlosen Vater zu kümmern. Er hat sogar das College aufgegeben und eine Lizenz erworben, um dem Familienbetrieb zu helfen. Er hat mich immer vor der Gewalt meines Vaters beschützt. Als ich das College fertig hatte, einen Job suchte oder heiraten wollte, sagte er zu mir, dass ich weit genug weggehen sollte. Besuche zu Obern einfach Mutters Grab. Du musst nicht hierher kommen. Okay. Hier, nimm das. Katsura. Er hat mir sogar ausgeholfen, als ich in finanziellen Schwierigkeiten war. Ich werde ihm immer dankbar sein und stolz, einen solchen Bruder zu haben. Aber mein Vater behandelt ihn wie Dreck. Du kannst nicht mal eine nette Frau finden? Mann, du bist so mies! Es ist deine Schuld, Vater. Mein Bruder hielt es nicht mehr aus. Ein Tag, als ich das Büro besuchte. Du Stück Dreck! Wie immer richte sich mein Vater über irgendetwas auf. Katsura! Hör auf, so zu tun, als sei das deine Aufgabe! Mach einfach, was ich dir sage! Beweg dich, Karin! Hüllst du auch etwas davon? Dann... So? Was? Endlich wehrte er sich. So? Oder so? Katsura machte weiterhin Dinge kaputt. Mein Vater, der meinen Bruder noch nie so gesehen hat, zitterte und wusste nicht, was er tun sollte. Soll ich weitermachen? Glaub ja nicht, dass du damit durchkommst! Ah! Ah! Wow, er hatte diese Wand gut erwischt. Was für ein beschissenes Büro. Dann haben sich die Nachbarn versammelt. Wow, das ist verrückt. Dann trat der Notar aus der Menge hervor. Herr Katsura, es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Oh, hallo, ich wecke ihn gerade auf. Eine Minute, bitte. Vater, wach auf! Okay, das war also der Plan meines Bruders. Mein Besuch im Büro, mein Vater verrückt machen, die Nachbarn, alles war inszeniert, sodass er die Firma schließen konnte. Er hat im Voraus mit den Nachbarn gesprochen. Jeder wusste, dass Vater ein Arschloch war. Das wird wahrscheinlich etwas laut, bitte halten Sie es aus. Okay, Vater, ich werde diese Firma schließen. Ich werde meine eigene Firma eröffnen. Bitte unterschreibt diese Dokumente, um es offiziell zu machen. Willst du mich veräppeln? Was? Er schämte sich vor den Nachbarn und erkannte, dass Katsura viel stärker war als er, sodass er die Dokumente schließlich unterschrieb. Okay, das sieht gut aus. Also gut, los jetzt! Die schweren Maschinen zerstarrten das Büro direkt danach und unser Vater wurde unserem Onkel übergeben, den er am meisten fürchtete. Er kam ins Nebenhaus und wurde rund um die Uhr überwacht. Mein Bruder hatte schon einen Plan für die neue Firma. Es war der gleiche Geschäftszweig, aber mit neuer Ausstattung und Technologie. Ich habe gehört, dass er ein paar neue Ingenieure eingestellt hat und dass es der Firma gut geht. Das ist fantastisch, Katsura! Alles hat funktioniert! Nun, da ist noch eine Sache. Was? Erinnerst du dich an Yuri von den Tachibanas? Wenn ich groß bin, möchte ich dich heiraten! Ja, sie mochte dich sehr. Sie muss jetzt auch erwachsen sein. Was ist mit ihr? Naja, sie kam zu mir und bat mich, sie zu heiraten. Ich liebe dich schon seit langem. Bitte! Was? Ich habe ihr gesagt, dass sie ihr Leben nicht an einen Kerl wie mich verschwenden soll. Aber sie wollte nicht hören. Los, Yuri, tu es! Tu es! Mein Bruder hat genug erlebt. Ich hoffe auf das Beste. 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 Ich hoffe auf das Beste.